cute baby miley der kanal für kinder heute gibt es ein neues video heute stellen wir euch den schuchu vor eine eule ein kuscheltier das ist ein mini schuchu ist von zap kreation gleiche hersteller wie baby ball es ist ein sehr kuscheliges schirm es gibt ja auch werbung wir sagen wie baby ball ich packe es für mle aus und le zeigts euch schneid es einfach ich will mama ich kann das nämlich also da und jetzt nur noch die kuscheligen beine der hat ganz 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 bunte füße da unten ist es orange da ist es blau jetzt haben wir meinen kuschelige ausgepackt der ganz bunte füße da wieder ganz ganz bunten körper da dann hat sich ja ganz bunte augen die haben ja auch eine eine farbe so riesig sind die ja so mal riesig sind so groß und die füße wie eine eule und die hat funktionen zeigt sie ja hier 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 sieht der noch knopf da drückt er wuuhu wie eine eule ja dann bleibt das immer an und drückt er mal den bauch auf cool dann nochmal und was nimmst du die dann erzählen dann was ich bin eben zum schlafen und zum kuscheln ich bin eben zum schlafen und zum kuscheln ich bin gerne da wenn auch immer also mle ist nur noch am drücken dass die eule sind das ist ein richtig kuscheliges tier mle will sie zum schlafen nehmen zum kuscheln ja die gefällt dir so gut gell mausi ja mach mal so ja so jetzt haben wir unsere schu schu vorgestellt ja und wir sagen schu bis zum nächsten mal es gibt auch noch andere Mama nein und schick dir deinen Daumen hoch